Google hat ihre KI BART released und Deutschland bzw. die EU pennt mal wieder. An dieser Stelle doppelter Espresso mit mir und wir sprechen darüber, wie sich die künstlichen Intelligenzen die ganze Zeit weiterentwickeln, aber in Deutschland die Leute pennen. Und wir reden ein bisschen über Escape the Matrix, wie du es trotzdem für dich nutzen kannst, obwohl die DSGVO mal wieder uns einen Strich durchmacht. So, wir starten direkt rein und zwar die Google KI BART. Wir haben hier auf diesem Podcast-Kanal schon öfters über ChatGPT geredet, über MidJourney. Wer auch auf YouTube beispielsweise den Main-Kanal verfolgt, der weiß, viele Experimente gemacht in diesem Bereich. Jetzt ist es allerdings so, dass am 21. März Googles KI BART released wurde. Und für mich, ich nehme es an dieser Stelle mal vorweg, ist das bisher das Krasseste, was ich gesehen habe. Und trotzdem spricht gerade bei uns kaum jemand darüber. Und das liegt daran, dass sie in 180 Ländern released wurde. Eigentlich überall, nur die EU tatsächlich oder innerhalb der EU sie noch nicht anwendbar ist. Warum DSGVO, Datenschutz? Es ist jetzt nicht so, dass die EU sozusagen selber die Riegel zugemacht hat, sondern Google hat es von sich aus gemacht, weil sie meinten, wir sind nicht sicher, ob es DSGVO-konform ist. So, wenn etwas nämlich nicht sozusagen dieser Datenschutzrichtlinie entspricht, auch da möchte ich später noch ein bisschen was darüber sagen, dann gibt es natürlich horrende Strafen und so weiter. Deshalb sind sie da ganz vorsichtig. Nichtsdestotrotz für euch einfach mal ganz kurz die Fakten. Das ist quasi Googles Antwort auf ChatGPT, wenn man es so nimmt. Ich habe mir hier übrigens auch die Notizen gemacht, an der Stelle wie immer, dass ich euch wirklich von den Fakten her dann nicht irgendwas erzähle. Später gibt es auch ein bisschen so meine Meinung, die dann natürlich subjektiv ist. Es handelt sich auch hier um ein Chatbot auf Basis von KI. Ein Large Language Model nennt man das Ganze. Das heißt, viele Daten sind drin. Allerdings, um das vorwegzunehmen, BART hat direkten Zugriff zum Internet. Also da benötigt es keine Plugins oder so wie bei ChatGPT oder wie bei OpenAI's Chatbot, sondern das ist direkt connected. Die KI, die dahinter steckt, die heißt Lambda. Darauf basiert das Ganze. Und der Name vielleicht auch ganz spannend. Also dieses BART, B-A-R-D, heißt übersetzt quasi auch Dichter, wenn man es mit einem E noch hinten schreibt und verweist auf William Shakespeare, der teilweise auch BART of Avant genannt wurde. Und zugleich bezieht sich das halt auch auf die Bezeichnung, was der Chatbot ganz nüchtern betrachtet macht, nämlich Texte generieren. Das ist auf jeden Fall einfach mal so diese Herkunft. Jetzt natürlich das Wichtigste, nämlich der Kern. Und dafür suche ich das jetzt so kompakt wie möglich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt was mitbekommen habt. An mir ist es tatsächlich vorbeigegangen. Würde ich nicht diesen spezifischen KI-Seiten auch folgen, weil hier halt kaum jemand Zugang hat. Die Features im Überblick. Einfach mal so, ich gebe euch mal Use Cases, also direkt aus der Praxis heraus. Du kannst, jeder kennt glaube ich Google Maps. Du kannst jetzt deine Route virtuell abchecken vorher. Das heißt, du sagst zum Beispiel, ich wohne jetzt hier in München. Du sagst, okay, ich möchte nach Köln. Das ist Köln, Frankfurt. Immer Horror-Trip. Man denkt dreieinhalb Stunden, aber man sitzt am Ende sechs im Auto. Dann kannst du die Route eingeben und dann zeigt er dir virtuell sozusagen, wie die Route aussieht. Der gibt dir sogar Verkehrs. Der zeigt dir ganz genau, okay, da ist jetzt gerade dieser Stau. Das heißt, du kannst es auch visuell sehen. Du hast nicht nur dieses Pop-up, so hey, da ist ein Stau in ein paar Kilometern oder in 100 Kilometern. Sondern du kannst dir das Ganze angucken. Die Wettersituation wird simuliert. Du kannst dir quasi in kurz vorher anschauen, wie diese Fahrt ablaufen wird, wenn du jetzt losfährst. Finde ich super, super spannend. Wird in 15 Städten getestet, unter anderem in Berlin. Also deshalb, es wäre eigentlich gut, wenn wir dann demnächst auch mal Zugang bekommen. Weil seit 21. März haben das halt alle anderen. Das Zweite ist, dass du in Gmail, das heißt Help me write, also Hilf mir schreiben Feature, ganze E-Mails einfach schreiben lassen kannst. Du sagst dann, Bart beispielsweise, hey, schreib mal meinem Steuerberater, dass ich wieder einen Telefontermin brauche, um irgendwie die letzte Steuererklärung nochmal durchzugehen. und dann sucht der den E-Mail-Verlauf durch, schaut, wie er schreibt und passt sozusagen deine Schreibweise an und schreibt in deinem Namen diese E-Mail. Also normalerweise, wenn du den jetzt immer duzt, dann schreibt er, hey, Jürgen, wie sieht es aus? Können wir die Woche nochmal drüber reden? Wenn du den halt nicht duzt, dann schreibt er, hey, Herr Wolf, ich bräuchte einen Termin. Oder er schreibt direkt die Assistenz an. Und das ist sozusagen integriert in Gmail. Help me write. Mega. Wenn ich jetzt auch denke, so E-Mails, auf die man vielleicht auch keine Lust hat, irgendwelche Reklamationen, Beschwerden und so weiter, kannst einfach sagen, hey, Bart, pass auf. Das Ganze übrigens auch über Voice. Also du kannst einfach auch reinsprechen und sagen, hey, Bart, pass auf, ich habe mir da Klamotten bestellt. Zwei von den Shirts passen nicht. Die fallen anders aus als in der Beschreibung. Mach mal eine Beschwerdemail fertig und die sollen einen Versand- oder ein Rücksendeetikett schicken. Mail wird automatisch geschrieben, rausgesendet, es kommt eine Antwort, Bart, beantworte die direkt, wenn du das möchtest. Also du kannst ihm auch sagen und weiteren Verlauf, bitte übernimmst du. Das ist wirklich wie eine Assistenz. Also das ist, ja, das, was eine Assistenz Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr macht oder vielleicht eine sehr gute Personal Assistant auch am Wochenende, das macht jetzt halt Bart. Bildmanipulation. In dem Sinne, als dass du sagen kannst, hier ist ein Bild, kannst du drag and drop. Das ist übrigens für mich so einer der größten Unterschiede. Also Chat-GPT oder auch Auto-GPT, God-GPT, diese ganzen Open-Source-Sachen, die wir ausprobiert haben, die sind natürlich nicht wirklich benutzerfreundlich. Hier ist es halt so ein bisschen wie bei Apple. So dieses drag and drop, reinziehen, ein Button anstatt vier verschiedene, ihr könnt es euch vorstellen. So, du kannst ein Bild reinziehen und sagen, schneid mir den Hintergrund aus. Das vor einem Jahr konntest du bei Fiverr damit noch irgendwie 5 bis 10 Dollar machen. Aber dann gab es irgendwelche Free-Tools im Internet. Aber jetzt hast du alles an einer Stelle. Also du hast quasi so diese Assistant-Box, schiebst dein Bild rein und sagst, schneid mir den Hintergrund aus. Und darüber hinaus kannst du jetzt sagen, ersetzt den Hintergrund durch Skyline New York. Und jetzt mach es so, dass es echt aussieht. Und ich rede jetzt ja gerade so zu euch in diesem Podcast, aber genauso wird es halt auch jetzt laufen in der Praxis. Also stell dir mal vor, ich habe auf diesem Monitor, wo jetzt meine Notizen stehen, habe ich halt Bart und ich bin hier irgendwie so am Schreiben. Also das wäre jetzt normal meine Position. Und dann sage ich einfach, ey Bart, mach mal kurz das und das. Und dann arbeite ich halt einfach weiter. Finde ich schon crazy. Gleichzeitig hat Bart aber auch oder Google eine Protection eingebaut. Das heißt, jedes Bild, nicht nur die, die du erstellst oder die sozusagen von Bart gemacht worden sind, sondern alle Bilder können von Bart gescannt werden. Und er sagt dir die Herkunft. Stichwort Metadatei. Das heißt, Bart hat einen Anti-Fake-Check integriert. Du kannst ein Bild manipulieren, aber jeder wird wissen, dass es manipuliert ist. Das finde ich cool. Das heißt, klar, wird auch vielleicht Möglichkeiten geben, das wieder, diese Metadatei umzuprogrammieren oder diese sozusagen Kennzeichnung rauszunehmen. Aber Bart hat einen integrierten Fakten-Check, damit eben so ein Bild wie mit dem Papst oder mit Donald Trump, der irgendwie verhaftet wurde, wo man ja nie so ganz weiß, ist das jetzt echt oder nicht, wo man direkt sehen kann, ah okay, das ist mit Bart gestellt, um einfach die Features weiter durchzugehen. Hast du das Ganze integriert in deiner Google-Suche, Google, größte Suchmaschine der Welt, wir gerade, wenn du hier auf YouTube zuschaust, zweitgrößte Suchmaschine, dann ist es halt so, dass du komplexere Suchanfragen stellen kannst und auch im Chat-Format nachfragen. Das heißt, du sitzt abends am Rechner und, keine Ahnung, sagst beispielsweise, hey, gib mir die Features, die Bart kann und dann sagt er dir 10 Features und dann kannst du nachfragen, und welches dieser Features hilft mir jetzt am besten effektiver zu arbeiten und welches dieser Feature könnte ich jetzt in meinem Podcast besonders highlighten, weil meine Zielgruppe ist so und so aufgestellt. Und das macht demnächst alles Google, wo du momentan halt beispielsweise Chat-GP-Tiefe nutzt, hast du direkt in Google integriert. Das heißt, viel mehr Leute werden das wahrscheinlich auf eine tiefere Art und Weise direkt in dieser Suchmaschine machen, anstatt nochmal irgendwie zu wechseln oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Dann ist Bart auch integriert direkt in natürlich die ganzen Programmen, die Google anbietet. Google Docs, Google Tabellen und so weiter. Das nennt sich Duet AI. Und so kannst du beispielsweise in Google Docs ihm sagen, hey, schreib mir eine Bewerbung für Unternehmen XY. In Präsentation kannst du die fertig machen und sagen, erstell mir jetzt für jedes Slide passende Bilder. So wie du jetzt momentan eine Präsentation vielleicht in Chat-GP-T machst, dann reinkopierst, dann in Mid-Journey gehst, dann dort die Bilder machst oder in Dali, ist hier alles in einem. Bei Tabellen hilft es dir, die Daten schneller auszuwerten. Du hast die Möglichkeit, sozusagen an einem oder von einem Ort aus all das zu benutzen. Finde ich super spannend. Es wurden bei der Präsentation vier verschiedene Modelle vorgestellt. Die heißen Gecko, Otter, Bison und Unicorn. Unicorn ist halt das umfangreichste KI-Modell innerhalb von Palm 2 und Gecko sozusagen die Light-Version. Und wofür das halt cool ist, ist, dass Gecko als Light-Version von dieser KI so wenig Traffic benötigt, dass es auf dem Handy läuft und dass es offline läuft, dass es sozusagen Dinge abspeichern kann und dann offline funktioniert. Es hat multilinguale Fähigkeiten, hat Chat-GP-T auch, aber hier muss man ganz klar sagen, aktueller Status, wenn du bei Chat-GP-T in Englisch schreibst, bekommst du bessere Ergebnisse. Bei den Tests mit Google Bart waren die Ergebnisse teilweise in anderen Sprachen sogar leicht besser als in Englisch. Das heißt, dieses multilinguale Modell funktioniert. Und dann haben die ganz verschiedene Use Cases gezeigt, zum Beispiel also MedPalm 2, wie es helfen kann von außen sozusagen oder wie die KI bestimmte Röntgenbilder erdeuten kann, etc. So, das einfach mal als Feature-Liste. Jetzt zur großen Frage. Google Bart vs. OpenAI. Und ihr merkt schon, ich will diese Podcast-Folge oder auch diesen Video-Podcast gerade so kurz wie möglich machen, um euch einfach nur einen Überblick zu geben, wer da viel tiefer rein will. Vor allen Dingen auch, wie man das benutzen kann auf Social Media, wie man das zum Arbeiten benutzen kann für seine Brand. Ich mache diesen Donnerstag noch einmal, also es ist am 1. Juni um 19 Uhr, einen kostenlosen Workshop zum Thema KI. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach in die Beschreibung schauen, bei Spotify, iTunes ist es natürlich drin, bei YouTube unten drunter verlinkt. Ihr kennt es, wir hatten es schon mal einen gemacht, da waren fast 1000 Leute am Start. Und das mache ich jetzt nochmal und natürlich ist Google Bart auch im Detail dort mit drin. Weil das einfach hier so ein bisschen den Rahmen springen würde. Plus, ich muss oder wir wollen halt Dinge auch zeigen. Also wir haben Zugang zu dieser KI und wir möchten euch natürlich auch zeigen, wie die Use Cases aussehen. So, wenn man sich das jetzt gerade bildlich vielleicht nicht so vorstellen kann. Also gerne mal abchecken. Jetzt aber zum Vergleich sozusagen. Ich habe vier Dinge, die meiner Meinung nach Bart kompetenter oder mächtiger aussehen lassen als OpenAI, als ChatGPT zur Zeit. Das erste, Live-Daten aus dem Internet. Das funktioniert, wie gesagt, über Web-Plugins, auch bei ChatGPT. Aber es funktioniert bei Bart viel besser und nativer. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei ChatGPT gibst du eine Frage ein und er sucht dann aufgrund dieser Keywords aus deiner Frage, sucht er dann im Internet nach Artikeln, lädt diese Artikel rein und die versteht oder die liest und versteht ChatGPT und antwortet dann auf Basis der Information. Diese drei Artikel oder auch bis zu zehn, die dort reingeladen werden, sind aber oftmals, so meine Erfahrung, nicht die, die wirklich zu deiner Frage passen. Beziehungsweise natürlich sehr biased, subjektiv und so weiter. Das ist bei Bart halt ganz anders, weil er das komplette Internet durchsucht. Also er hat viel mehr Möglichkeiten, auch beispielsweise anstatt drei Artikel, die pro Bitcoin sind, kann Bart alle Artikel scannen und schauen, wer ist eigentlich für und wer ist dagegen und kann einen Konsens bilden. Das ist für mich eine ganz andere Nummer. Das zweite, es ist kostenlos. Also Bart kostet nichts. ChatGPT, Premium-Version, kostet und ist limitiert. Nummer drei, du hast eine viel nativere Integration und für mich auch einfach, Google wird immer die Nummer eins Suchmaschine sein. Also immer perspektivisch für die nächsten fünf bis zehn Jahre würde ich meine Hand ins Feuer legen. Und wenn du direkt in Google das nutzen kannst und eben keinen zweiten Tab, kein zweites Programm und so weiter benötigst, dann werden das viel mehr Menschen nutzen. Wenn mehr Menschen es nutzen, wird die KI immer besser, weil durch das Nutzen, durch die Daten, durch das Feedback und die Schleifen und dadurch glaube ich, dass sich einfach Bart enorm durchsetzen wird. Und Nummer vier, keine Warteliste. Also du hast nicht dieses Warten, sondern es ist released worden, außer bei uns, was mich tatsächlich aufregt, muss ich schon fast sagen. Jeder kann es direkt benutzen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Präsentation angeguckt und das war schon so eine Machtdemonstration. Also das war schon, wer damals die von ChatGPT cool fand und von OpenAI und da vielleicht auch so ein bisschen geflasht war und immer noch darauf wartet, dass man Bilder reinziehen kann und der dann eine Website baut, der war hier wirklich so wow. Und dann war nicht, das kommt bald, sondern das war dann so und das könnt ihr ab jetzt direkt mal testen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und jetzt zu dem Part, warum wir oder die meisten davon wahrscheinlich kaum was mitbekommen haben, warum es sehr wenig News gibt. Ich habe mir heute mal YouTube Trendverläufe angeguckt, ich habe mir mal die Suchanfragen angeschaut. Gut, jetzt wird es ein bisschen subjektiv, aber wie gesagt, immer gerne auch zur Diskussion, aber wir verpennen mal wieder eine Revolution. So, wir als Individuen können nichts dafür, aber die DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung, die verhindert, dass Google Bad in Europa angeboten wird. Also nicht nur in Deutschland, in Europa, während in Asien, Afrika und so weiter überall das Ding schon da ist. Und das ist halt so, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, dass jetzt nicht sozusagen die EU gesagt hat, wir wollen es nicht. Würden die auch sagen, aber brauchten sie nicht, weil Google von sich aus, wie gesagt, es einfach aufgrund der DSGVO nicht gemacht hat. Die haben natürlich Angst vor Abmahnungen etc. Und die können momentan das halt noch nicht garantieren, dass diese Datenschutzverordnung eingehalten wird und deshalb haben sie den Zugang noch nicht freigelassen. Wird natürlich kommen, bin ich mir ziemlich sicher, kann mir aber vorstellen in einer abgespeckten Variante. Und ich muss ehrlich sagen, diese Datenschutzgrundverordnung, also wer selber eine Website betreibt oder schon mal im Internet vielleicht einen Job hatte, der wird sicherlich damit schon in Berührung kommen. Weil auch wie ein Impressum angegeben werden muss, etc., das hat alles mit DSGVO zu tun. Und wenn du bei YouTube Videos postest, im Online-Marketing-Bereich oder so, dann wirst du immer wieder einen Comment kriegen, ist das auch DSGVO-konform? Und da gibt es viele so Abmahnanwälte, die dann da reinspringen und die dir dann böse Briefe schreiben und so weiter. Ich habe so ein Zitat gefunden von der grünen Politikerin Tabea Rösner vor zwei Jahren. Sie lobt die DSGVO ohne Zweifel ein großer Erfolg. Die EU habe damit Handlungsfähigkeit gezeigt und deutlich gemacht, dass sie globale Internetkonzerne sehr wohl regulieren kann und auch will. Das Ding ist, dass wir vor allem uns damit regulieren und zwar runter regulieren. Weil diese Möglichkeiten, und jetzt mal dieser kleine Re-Talk-Part, diese Möglichkeiten, die die KI hier mit sich bringt, die revolutioniert innerhalb von kürzester Zeit das komplette Internet. So, wir sitzen mal wieder hier, die Suchbegriffe, die Suchanfragen sind, was KI angeht, enorm nach unten gegangen, weil das einfach aus unserem gesellschaftlichen Diskurs, aus dieser ganzen gesellschaftlichen Unterhaltung schon wieder komplett rausgenommen wurde. Und ich check das nicht, weil, ich meine, ich könnte jetzt eine ganze Folge darüber machen, wie Deutschland sich immer mehr irgendwie runterwirtschaftet und wie wir irgendwie so viele, meiner Meinung nach, wie gesagt, viele Entscheidungen treffen, was Technologien anbelangt. Aber, dass wir aufgrund von Datenschutz-Richtlinien jetzt keinen Zugang oder viele von uns, ich komme ja gleich dazu, natürlich kann man es benutzen hier, aber viele von uns keinen Zugang bekommen. Und vor allen Dingen die Masse, die vielleicht auch nicht diesen Podcast hört oder andere Podcasts in dieser Richtung oder aufklärende Videos, hat keinen Zugang. Und das sorgt dafür, dass wir immer mehr abgehängt werden. Weil, schau mal, eine Assistenz, ich habe auch schon einige durch. Eine Assistenz kostet dich 2.000, 3.000 Euro im Monat. Wann kann man sich die leisten? So, als Unternehmer ist das meiner Meinung nach oder wäre das tatsächlich mit die erste Person, die ich einstellen würde. Ich würde erst eine Reinigungskraft holen und dann wahrscheinlich einen Personal Assistant, der einfach Dinge, die diese Person erledigen kann oder die nicht nur ich machen kann, für mich abnimmt. Das ist voll wichtig, weil das Beste, was passieren kann, ist, dass du nur noch die Dinge tust, die nur du kannst. Das ist ja logisch. Also abgeben ist total wichtig. Aber diese 2.000, 3.000 Euro, dafür musst du erstmal einen gewissen Umsatz natürlich erreichen. Das kann, wenn du dich ein bisschen einarbeitest, Bad für dich übernehmen. Und dass wir aufgrund von Angst, was unsere Daten angeht, da jetzt irgendwie keinen Zugang zu haben. Aber auf der anderen Seite ist ja nicht so, dass unsere Daten nicht rausgehen. Thema Datenlag, Metadatenlag und so weiter. Das ist für mich wirklich komplett surreal. Weil man könnte ja genauso ein riesen Disclaimer einbauen und sagen, auf eigene Gefahr. Aber nein, diese Strafen und diese DSGVO ist so strikt und hat so viele Parameter und Paragrafen, dass ein globaler, ein weltweiter Konzern wie Google Angst hat, diese Richtlinie zu verletzen. Und womöglich zieht es dann irgendwie ein Verbot oder Restriction und Strafen mit sich, dass sie sagen, nee, wir müssen erstmal abwarten. Und alle anderen haben gerade einen kostenlosen Assistenten, können Zeit da drin verbringen und so weiter. Ich muss eigentlich sagen, an der Stelle, escape die Matrix. Also du musst diese Dinge dir tatsächlich holen, weil ansonsten wirst du abgehängt. Also KI ist ein so großes Ding in der Digitalisierung. Und jeder Tag, den du irgendwie nicht damit Zeit verbringst, aber trotzdem versuchst im Internet etwas zu regeln, ist ein verschenkter Tag. Und das sage ich jetzt einfach mal so ganz hart. Und also DSGVO, es tut mir leid, aber jeder hat unsere Daten. Ich selber habe da sowieso, glaube ich, etwas andere Sichtweise. Ich meine, ich baue eine Personenmarke auf. Meine Videos sind alle öffentlich. Ich habe keine privaten Kanäle oder so. Das heißt, ich will ja sogar, dass Leute die Daten von mir haben, dass sie wissen, dass ich Tor und Platze heiße, was ich mache, wofür ich stehe. Ich habe gar kein Problem damit. So, ich möchte auch, dass Google Maps weiß, wo ich jetzt gerade bin, sodass, wenn ich eine Route suche, er mir auch die richtige Route berechnen kann. So, das ist alles cool für mich. Und es ist auch in Ordnung, dass, wenn ich mit Bart schreibe und Bart merke, okay, Torben legt Wert auf dis und dis, dass er sich das abspeichert und das nächste Mal es richtig macht. Auch das ist völlig in Ordnung für mich. Aber das sind alles diese Dinge, die halt hier genau untersucht werden müssen. Wofür werden unsere Daten genutzt? Wird uns dann spezielle Werbung ausgespielt? Und ich muss ehrlich sagen, diesen Disclaimer habe ich mir jetzt einfach mal vorgestellt, ganz fiktiv, habe auf ich bin cool damit geklickt und mir ein VPN runtergeladen. Weil es gibt beispielsweise ProtonVPN, also an dieser Stelle keine Werbung für NordVPN oder Ghost oder was es da alles gibt. Nimm einen kostenlosen VPN, okay? Nimm einen kostenlosen VPN, klick auf ich bin in den Staaten und lock dich ein. Also das ist wirklich mein Approach. Weil Wochen und Monate zu warten, bis irgendwas konform ist oder so, das wird eher nur dazu führen, dass wir noch weiter abgehängt werden und dass alle vor uns diese Technologien benutzen. Und ich denke, wir haben, was das Internet angeht, das hat ja, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie sich Internet verändert hat. Und ich finde es relativ cool, weil ich bin genau in dem Alter, dass ich 56k noch gerade mitbekommen habe. Einwählen und nicht gleichzeitig telefonieren. So, dann bist du reingegangen und du wusstest am Anfang nicht, was mache ich eigentlich im Internet, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, du hast irgendwas gegoogelt und okay. Dann kamen Social Messenger oder Social Möglichkeiten. Ich glaube, wir alle kennen das noch, StudiVZ. Was kamen dann irgendwann? Lokalisten und so weiter. Dann kam, beziehungsweise ICQ, der IEM Messenger, das nehme ich mal alles so als eine Bubble, weil du konntest mit Leuten kommunizieren. So, daraus ist in der Evolution des Internets dann Social Media entstanden. Das heißt, du hast eine Fläche, also jeder wird selber zu einer TV-Station, zu einer Station, die sendet. Nicht nur austauschen, sondern auch senden an so viele Leute, die mir zugucken wollen, Thema Streaming und so. Und dann kam so ein bisschen, finde ich, so als eine Abstufung innerhalb des Internets, das ganze Thema Krypto, also die Technologie dahinter, die Zahlungsmöglichkeiten, etwas auf der Blockchain abzuspeichern. Und hier hat man schon gesehen, dass natürlich neue Technologien auch viel Möglichkeit für Betrug bieten. Wir denken an FTX und viele andere Skandale, die passiert sind. Pump-and-Dumps, NFT-Geschichten. Und das ist, verstehe ich, dass hier natürlich auch wieder Fläche da ist für das Negative, um das auszunutzen. Aber genauso hat natürlich auch Krypto viele Millionäre hervorgezaubert. Und die Technologie an sich ist super spannend. Aber da wurde ja auch, was Regulierung angeht, sehr reingegrätscht. Und für mich ist auch Krypto nicht wirklich so ein eigenes Ding gewesen, sondern ich finde, innerhalb des Universums Internet oder innerhalb dieser Welt war Krypto einfach eine Technologie, die dazukam. Aber KI ist für mich nach Social Media dieses nächste große Ding. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Aber hier machst du eigentlich, das ist Internet 2.0. Oder Internet 3.0 vielleicht sogar. Du hattest am Anfang dieses Lineare, so ich sitze, ich suche. Das große zweite Ding, Kommunikation und selber senden. Und das dritte, jetzt durch zum Beispiel Bar, ChatGPT und was alles kommt, ist einfach eine Möglichkeit, Dinge schneller zu machen, besser, sicherer, möglicher Arbeitsplätze zu ersetzen. Aber es kommt auf dich an. Und das ist, das finde ich, ist hier der ganz große Punkt. Das ist nichts, wo jeder drüber aufgeklärt wird. Und glaub mir, das wird auch hier in Deutschland Jahre dauern, bis deine Eltern vielleicht selber irgendwie mit KI viel am Machen sind oder so, weil das braucht einfach sehr viel Zeit. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt und ich bin nirgends bis dato investiert oder so. Also ich sage das hier völlig neutral. Ich bin davon überzeugt, dass KI bleiben wird. Ich bin davon überzeugt, dass KI dein Nutzererlebnis besser macht. Und vor allem ich selber einfach so viele Dinge, die ich nicht kann, dadurch outsourcen kann, ohne was zu bezahlen. Deshalb, mein Approach, warte nicht, bis es zugänglich wird. Warte nicht zu lange, bis alles super safe ist. Sondern nimm dir ein VPN, lock dich ein, probier es aus. Wenn du das Gefühl hast, du findest es spooky, so wie ich zum Beispiel Snap AI, deinstallier es. Mach den VPN aus. Keine Sorge. Diese Restriction not available in your country ist sofort da. Aber ansonsten, mach Pionierarbeit. Glaubt mir, es gibt Leute, die die ganze Zeit dran arbeiten damit. Automatisieren Prozesse. Und ich würde nicht darauf warten, dass die Schnarchnasen hier in Deutschland, EU, DSGVO, da irgendwie den Riegel freigeben. Bin ich ganz ehrlich. Weil dieser Wahn der Regulierung und diese Scarcity, die da aufgebaut wird, das ist für mich eh kein rundes Ding. Entweder machst du es überall, aber das wird hier so selektiv irgendwie genutzt für bestimmte Dinge. Dadurch Leute gehemmt, sich was aufzubauen. Und an anderer Stelle gibst du deine Daten überall for free raus. Theoretisch wahrscheinlich die intimsten Daten haben irgendwelche Dating-Plattformen von dir, weil du da über alles Mögliche sprichst. Von daher, go for it. Das ist mein Approach. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Donnerstag, 19 Uhr am 1. Juni. Unten drunter ist der Link. Machen wir einen Workshop. Auch da gerne, wenn ihr aus dieser Folge kommt, mal in den Chat schreiben. Können wir ein bisschen drüber reden. Ich zeige euch was am Monitor. Und für alle anderen in Deutschland, DSGVO und Co. Gute Nacht.